Wie ich spielen muss, ich weiß nur eins, ich muss gewinnen. Der nächste 2 Stunden Stream ist wahrscheinlich im November. Da streame ich ein Jahr und da habe ich mir überlegt, dass ich auch gleichzeitig dazu zum Anlass einen Charity Stream mache. Was haltet ihr davon? Ja oder nein? Das feiert ja gar nicht, dass da sowas passiert. Ihr überholt alle. Nice. Nice. Unser Lightning, der war ganz schön frech. Unser Lightning, der war viel zu frech. Den Lightning, den kannst du nicht so spielen. 24 Stunden, Leute, ihr wisst nicht, was 24 Stunden sind, Alter. Das ist brutal. Das ist gar nicht mehr witzig. Hö, das ist gar nicht aus. So am Ende. Ausatmen das kann man so machen schlechter seit von mir schlechte hexe aber breit kannst du auch machen tschüss 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 gutes spiel was ist welcher tag ich weiß nicht welchen tag ich das mache das wollte ich nochmal abklären jetzt hat er max ersten charity stream das sollte schon mindestens einmal weiter in der zukunft liegen also mindestens ab mitte november wieviel subs ich hab 100 zu Nikolaus wäre doch hoch ja deswegen aber hä ne zu Nikolaus wäre das nicht gut dass ich da einen Termin mache oder? muss ich keinen selbst spielen ich habe ja spielt Pekka ehrlich gesagt ne er spielt Free Maskies oh der Tesla war stark wo lernt man denn wo lernt man solche Teslas? was what the fuck war das denn? ich habe ja ich weiß nicht was ich weiß nicht wo lernt man was ich weiß nicht wie war das nicht das ist mir wie war das ich weiß nicht Was war das für ein Feuerball, hallo, is it me you're looking for, I can see it in Nice Ah, das ist nicht so geil ehrlich gesagt, was hier gerade passiert Doch, das ist dann wieder geil Super nice Also nicht flawless Oh, ich bin Well played, ich mach doch gar nichts Haben ihn überrannt Ja 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 Und der gut Jetzt Pfeiler habe ich ein Problem Leute 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 Ja 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 Aber er hat keine Pfeile Ja 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 Wenn ich ihn gewinne an Ja Häuertig unseren Poison spell raus finde ich irgendwie nicht also der Poison war nicht gut ehrlich gesagt noch saftigen feuer bei well you schöne kinder noch aktiviert das so wollte sorgen preußen spielen das ist gut weiß er muss immer noch selben ok damit schon mal die macht da noch mal rein zu gehen das ist noch mal verteidigt auch fatal von ihm und man schon feuer weil sonst alles dauern sehr neues neuen minions sind und dann haben wir das ding auch gewonnen gut geben ich bin der beste ich werde in amerika erst leute das sage ich euch ich werde erster und gewinnt 200.000 dollar dann brenne ich durch nach jamaika wobei nachher für die kleinen brezeln hole ich mir noch so ein dip mal kassel breite spielt nice noch nicer bin im elixiervorteil marzipanbrot gab es schon in der uni mir im elixiervorteil das kann wieder so aufbauen da habe ich immer schon ein graf stand draußen könnte man hype der hacker in den chat haben vielen dank haben wir sehen wie im marzipanbrot sind sind alles keine waren fans leute ich muss aber den doppelten shit da reinhauen jetzt kommt feile was die hölle soll das hallo was die hölle soll was die hölle soll dann was die hölle soll und ich habe vertrauen gehabt ohne spaß hätte vertrauen gott ich hatte gerade vertraut